Die Pust, hallo. Hallo. Ja, super, dankeschön. Hier unterschreiben. Ja. Sie haben es angefasst, also müssen Sie es auch behalten. Tschüss. Tschüss. Dann liegt es wahrscheinlich an eurer Kommunikation. Ich meine, du musst dich natürlich auch ein Stück weit auf die Kids von heute einstellen. Und dann... ... ... ... ... ... Vielen Dank.